Achtung, jetzt mache ich hier coole Moves. Achtung. Tatsächlich, da ist er. Nice. Okay, eineinhalb Minuten sind rum. Ich bin nach dem Checkpoint noch nicht gestorben. Auch wenn ich mich nicht so ab... Loin, direkt zweiter Checkpoint, ja moin. Ah, nee, scheiße, ich muss nach links. Nach links. Nice. Oh, da... Oh, da kann man abkürzen. Oh, da... Ach so, Bonusraum. Geil. So, was jetzt? Ah, Bowser-Kampf, okay. Bowser-Kampf. Äh, hehehehe. Hehehe. Gibt es eine Feuerblume? Es gibt keine Feuerblume. Jetzt weiß ich auch, warum der Weltrekord bei vier Minuten liegt. Jetzt weiß ich auch, warum der Weltrekord bei vier Minuten liegt. Mann! Oh, diese Blüten, Bowser-Flammen! Raus da! Raus da, habe ich gesagt! Really? Really? Scheiße! Scheiße! Oh Gott. Hilfe. Das gibt's nicht. Oh Mann, Yoshi, du blöder Vollidiot. Ah, toll, jetzt die Clowns-Gutsche auch noch weg. Ach, komm. Viel zu viele Gegner. Ja. RIP. Das war's. Das war's. Gib mir die Scheißfeder. Hey, der hat mich doch gar nicht getroffen. Oh Mann. Gib mir die verdammte Feder jetzt hier. Ich bitte um ein wenig mehr Ruhe. Und verschämt das einfach wegzuhollern. Ich schimpf mit euch. Könnt ihr euch nicht einmal benehmen, wir Erwachsene? Genau, Bayern alle. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns, wie gesagt, am Mittwoch wieder. Ich werde jetzt auch mal zusehen, dass ich schlafen gehe. Und wir sehen uns dann am Mittwoch. Bis dann. Macht's gut. Euer Eiergott. Tschüssi Kowski. Ach so, deine Welt im Stream. Kann ich mal machen. Kein Ding. Überhaupt kein Problem, Shiva. Okay. Aber jetzt muss ich natürlich fertiggestellt sein, ne? Und ja. Ich glaube, jetzt verabschiede ich mich mehrmals. Okay. Ich wünsche euch was. Bis dann. Haut rein. Und tschau. Und tschau.